So, ihr kleinen Süßigkeiten. Mieps und Möps, ja? Wäre das okay? Heißt ihr heute erstmal Mieps und Möps? Ihr kriegt dann vielleicht nochmal andere Namen. Schauen wir mal, ne? So Mieps und Möps, einmal über die Waage huschen bitte, ja? Kommt gleich mal die Greifhand. Dumpi 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 dai. So, hallo Mieps. Zwei, vier, zwei. Das kann ich mir ja vielleicht sogar noch selber merken. Ja, komm mal her. Einmal kleinen Mini-Check. Will ich einmal Gusche gucken. Oh, prima, mein Schatz, super, super, klasse. Wie sieht der Popo aus? Ja, Popo brauche ich gar nicht zu gucken. Popo fühlt sich gut an. So, Mieps. Du hast ein bisschen kacki am Fuß, ist nicht so schlimm. Willst du gleich einer aussteigen? Ja, komm her. Gehst nochmal rein. Geschwister-Teilkant. So. So, kleines Möps auch hinterher. Oh, du kannst schon schön die Flügel machen. Super, klasse Fall. So, zwei, vier, zwei gegen eins, neun, drei. Okay. Dann bist du Möps. Das andere ist Mieps und du bist Möps. Und du stehst auch in einem schönen Kacki. Warte, auch einmal obligatorischer Blick in die Kusche. Okay, mein Schatz, super. So, gleich gibt es noch etwas zu essen. Prima. So, ich mache euch schnell ein Essen fertig. Und dann zieht ihr nochmal in ein anderes Ding. Und dann lasse ich euch für heute in Ruhe, ne. Tolle Leute seid ihr. Ja, geht gleich weiter.